Ja, wie wird er regieren? Theokolle in Paris. Was bedeutet denn diese absolute Mehrheit für die Regierung? Nun, auf jeden Fall ist es eine Mehrheit für einen personellen Wandel. Die Franzosen haben mit dieser Wahl ihr politisches Personal auf- und vor allem abgeräumt. Dass zunächst Macron als Präsident gewählt wurde und der jetzt auch eine absolute Mehrheit im Parlament bekommen hat, das spricht eigentlich dafür, dass die Franzosen zumindest wollen, dass er sich und seine Reformagenda beweisen kann. Sonst hätten sie ihm heute auch eine andere parlamentarische Mehrheit entgegensetzen können. Und die Erfahrung lehrt ja, dass zur Durchsetzung von Politik eine nicht ganz so ausladende Mehrheit meist besser ist, da es die eigenen Abgeordneten stärker diszipliniert. Also insofern ist es für das politische Management von Macron vielleicht sogar ein starkes Mandat. Das ist eine sehr geringe Wahlbeteiligung mit 43 Prozent. Wir haben gerade in dem Beitrag schon gehört, viele haben sich wahrscheinlich beim Buhl herumgetrieben, sind in der Sonne geblieben. Aber möglicherweise ist das ja auch ein anderer Grund, zum Beispiel der, dass man sagt, naja, Macron wird das sowieso gewinnen, da brauchen wir nicht nochmal hinzugehen. Ich glaube, dass beide Gründe hier gegriffen haben heute, sowohl das gute Wetter als auch die ganzen Vorhersagen, dass er eine große Mehrheit bekommen wird. Aber es bleibt natürlich ein neuer Tiefpunkt der politischen Beteiligung in der Fünften Republik. Macron wird zumindest diese Parlamentswahl nur schwerlich als weiteren Beleg anführen können, wie sehr die Franzosen Reformen wollen. Es gab rund um die Präsidentschaftswahl eine Umfrage, die festgestellt haben wollte, dass auch nur ein kleiner Teil der Macron-Wähler wirklich reformen will, dass es stärker um die Verhinderung von Frau Le Pen gegangen sei. Am Ende gilt aber, glaube ich, in der Politik dann auch, gewonnen ist gewonnen. Ja, was wird denn der Präsident nun tun? Jetzt hat er eine absolute Mehrheit, er hat eine umfassende Macht. Es war ja in den letzten Tagen schon zu lesen, dass das auch nicht unbedingt so ganz positiv von vielen empfunden wird, diese enorme Machtfülle. Was sind denn jetzt die ersten Schritte von Macron? Ja, das war interessant. Also es wurde ja hier ständig die Vokabel von der Einheitspartei an die Wand gemalt. Das ist jetzt in der Deutlichkeit natürlich nicht eingetreten. Hat vielleicht auch dazu beigetragen. Er hat schon begonnen, er hat schon das Gesetz über die sogenannte Moralisierung der Politik ausarbeiten lassen. Und jetzt wird er sich mit hohem Tempo der wahrscheinlich wichtigsten Reform widmen, nämlich dem Arbeitsrecht. Die Gespräche mit den Gewerkschaften haben schon begonnen. Es soll insgesamt rund 50 solcher Treffen geben. Ziel ist natürlich auch, die Gewerkschaften möglichst stark einzubinden in dieses Reformprojekt. Denn erster Gesetzentwurf soll dann schon Ende dieses Monats durchs Kabinett und als beschlossenes Gesetz dann auf die Franzosen warten, wenn die aus den Ferien zurückkommen. Und dann wird es spannend. Denn dann verlagert sich die politische Debatte vom Parlament auf die Straße. Und gegen die hat sich in den wesentlichen Punkten bisher oder in letzter Zeit kaum ein Präsident durchsetzen können. Wir werden das gleich im Studio mit den Gästen noch näher analysieren. Aber wir wissen ja, dass Macron bei seinem Besuch in Berlin, nicht in Paris, sondern in Berlin angekündigt hat, dass dieses deutsch-französische Verhältnis verbessert werden kann, dass man da enger zusammenarbeiten will. Was ist da zu erwarten? Für Macron scheint mir die deutsch-französische Zusammenarbeit eine der überragenden Säulen seiner ganzen Zukunftsperspektive. Man muss sich alleine mal klar machen, wie viele Minister und enge Berater er um sich versammelt hat mit guten Deutschland und auch Sprachkenntnissen. Da muss sich übrigens Berlin jetzt mal anstrengen. Da sind wir, glaube ich, im Hintertreffen. Heute wurde bekannt hier im Élysée-Palast, dass Frankreich und Deutschland schon auf dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel einen gemeinsamen Akzent setzen wollen, was auch immer das dann sein wird. Ich glaube, Macron dürfte Berlin pro-europäisch motivieren. Wobei man auch bedenken muss, er wird hier nicht müde zu betonen, dass er erst mal, bevor er weitere europäische Schritte machen kann, im Land hier beweisen muss, dass er Frankreich fitter macht, auch um die deutsche Skepsis zu reduzieren. Auch das erklärt sein hohes Tempo jetzt bei den Arbeitsrechtsreformen. Tio Colin, Paris, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Gerne.